Mein Lieblingsinstrument ist Gitarre, weil man einfach damit Leute berühren kann. Mein Tourbus ist ein kleines Auto. Da passt unglaublich viel rein, das denkt man gar nicht, aber man muss es nur richtig packen. Also als ich in das Auto reingeknallt bin, das war ganz schlimm. Also im ersten Moment hat man dann so eine Schocksekunde, wo man denkt, oh verdammt, ich bin eben gerade ins Auto reingefahren, ich habe was kaputt gemacht. Und danach denkt man, also ich denke dann an die Instrumente. Wenn man Musik macht, ist das sein höchstes Gut, seine Instrumente. Also ich würde auch niemals jemand anderem meine Instrumente in die Hand geben, das sind einfach wie Babys für einen. Danach, naja, habe ich mir erstmal eine Instrumentenversicherung zugelegt, von der ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und seitdem kann mir eigentlich nichts mehr passieren, wenn ich unterwegs bin. Jetzt ist mir eins klar geworden, dass man Musik vielleicht nicht versichern kann, seine Instrumente aber schon. Was andere Kunden erlebt haben, erfahren Sie hier auf allianz.de Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.